sowie waren gerade bei das zeug hier einzusammeln jp h und irgendwie ich glaube ich muss mich die ganze zeit irgendwelche musik mal laufen lassen weil die musik vom spiel auf die kann man sich irgendwie nicht ganz verlassen so einmal hierhin machen rupert hilfe die kohle kommt auf die andere seite eine mit rein damit stabil ist 5000 tonnenweise dankeschön so was machen wir jetzt mit dem rest wir müssen wir auch noch irgendwie mal unterbringen das heißt wir werden den auf jeden fall mal dort stellen es kommt dorthin und dorthin dann wird es einfach ein etwas größerer ausläufer werden kommst du her naja verdammt okay die räder könnte man auch immer hier dran lassen einfach nur damit sie dran sind vielleicht ein bisschen komisch aus aber naja gut kommt kommt irgendwo hin dankeschön diesen antrieb brauchen wir nicht und das brauchen wir auch nicht kommen bei es mal wegschmeißen darauf können wir auch momentan noch verzichten dich aber nicht du bist wertvoll du bist ein laser dankeschön okay was haben wir noch übrig erst einmal wieder also es ist unser lager generator noch ein bisschen zu bauen würde ich mal sagen wir haben jetzt diesen ingot hier mitnehmen schön möchte jetzt hier einschmeißen ist der rein theoretisch sagen hey ich baue dir jetzt ich habe nur kohle drin ok ein kraftwerk dankeschön und kohle du kommst du kommst einfach mit und zwar direkt nach der unten hin ok dann hat nicht dann eben so rum aber es hat funktioniert wir haben kraftwerk kraftwerk ok zack lad das ding auf solide batterie solide batterie ok wir brauchen noch mehr davon wir brauchen definitiv noch mehr davon das heißt ihr zwei hier mitkommen zack aber dich hier mitnehmen und einmal dich hier mitnehmen und hier gesetzt das kann ich was habe ich denn überhaupt jetzt muss ich mal gucken das eine ist was bist du genau du bist boosing das heißt viel mehr brauche ich wahrscheinlich noch halbchen könntest du eventuell dankeschön dass mein laser gezeigt hat das ist aber lieb von dir das ist aber die von dir okay das heißt ich brauche noch mal was blaues auf jeden fall okay können wir machen wir machen und etwas mehr metall so teil her teil her teil her die blauen trocken verdammt die blauen trocken habe ich gesagt ja dankeschön da man noch ein da war noch ein die schmeißen alle mal hier rein oder hilfe sie meinen eigenen weg dorthin verbaut ganz schön toll so bitte einmal hier reinschmeißen und einmal hier reinschmeißen eventuell dankeschön so bau mir neue sachen ihn geht nummer uno da kommen nummer zwei und nummer drei was ich jetzt noch braucht sind titanin gibt es aber auch noch aber titan jetzt macht nämlich ganz sonst keinen sinn du schaust mir groß und böse aus ich hoffe mal du wirst mir nichts böses antun so hier und mit näher nein ich brauche ich bin keine umdruck teig sind bleib ja hinten bleib gleich hinten habe ich noch anderes zu tun verdammt ein stein geht ist soeben weggeschossen worden na komm schon es hätte jetzt aber wirklich nicht sein müssen okay dann holen muss noch mal so ein und schmeißen ihn direkt hier rein so beziehungsweise hier kommst du rein dankeschön bleib ja weg dort bleib ja weg ich rate es dir komm nicht näher es wird dir nicht gefallen was hier auf dich wartet das muss ich mal gucken ich glaube ein grüner ingot brauche ich noch wenn du mir kurz sagen könnt was es ist ein grüne ingot muss es auf jeden fall wahrscheinlich sein wir haben nichts mehr grünes gerade hier drin das ist aber nicht so gut hier rein dankeschön damit könntest du bitte weggehen könntest du bitte weggehen mache ich das am klügsten das ist eine regenerationsball bei mir haben weil sonst zerschießt er mich und zwar massiv würde ich jetzt mal behaupten kommst du ja okay so können wir ihn zumindest zeitlich treffen aber seite hier sind natürlich genauso gefährlich wie von vorne und von hinten so aha schluss 1 ging schon mal gut weg ging schon mal gut weg hörst du auf hörst du auf auf mein zack zu schießen komm schon kommt schon weg damit weg damit weg damit weg damit weg damit weg damit dankeschön 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 bleibt okay er ist schon mal besiegt die teile lassen wir es einfach mal darum liegen ich muss erstmal ein paar andere sachen hier einsammeln und so schnell sollten die auch nicht die spawnen solange ich eigentlich in der region bin ist einfach mal davon aus so ich bin darum ein paar grüne ingots zu machen so wie der hier ja nicht ganz wieder leer aber fast wieder hier es war nicht so gut es war nicht so gut okay wenn man zu viel von der sorte hat es ist auch nicht gut halblichen dankeschön genau den habe ich jetzt gebraucht und dann bis noch jemand der weiter oben hier aber weckt dankeschön und bis noch mal dich hier und dich hier so ist aber zwei stück bitte einmal konstruieren und konzipieren so die frage ist was bist du hier für eine und ihr bräuchte auch alle er bräuchte ja der reparatur mal so aber her du bist ein wo sie okay und du bist ein terraria bosien terraria also bräuchte ein fulminar noch ein fulminar ein fulminar und ich glaube du hast hallo könnte vielleicht einer von euch wird zum thema hitboxen ja bist du das nein es ist einfach nur hier sein dankeschön bosnia bis verkehrte bosnia da musst du eigentlich früh mir sein okay gehen wir einfach mal damit ins rennen sagen wir hier bitte das ist relativ gerne aufnehmen da habe ich wirklich gar nichts dagegen hier bitte schlimmst du mal und bau mir bau mir bau mir etwas tolles etwas tolles etwas tolles das ist schön zack dann bosnia ja ja und fulminar das sollte so eigentlich jetzt gestimmt haben er braucht ziemlich viel energie nicht ganz dann bist du vor ihm ja läuft jetzt müssen wir noch gucken was bist du wir wollen nämlich noch ein weiteres machen bevor man anfangen schild generator zu bauen und zwar bist du bosnia das ist schon mal gut bosnia hier doch nicht bosnia du bist zwei bosnia in geht's okay da bräuchte die anderen beiden dafür noch okay das heißt du kommst du mal hier dankeschön terraria das heißt ich bräuchte einmal ich sehe gerade wo hier der fehler in dem ganzen system liegt sie können hier gar nichts aufnehmen so jetzt könnt ihr aber wie du das aufnehmen beziehungsweise das regel brauchen wir gerade nicht deshalb auf jeden fall schon okay wir brauchen dich hier nicht nein du warst das verkehrte du warst das richtige davon brauchen wir zwei ja es ist gerade wieder abgehauen zwei stück davon dann brauchen wir einmal mal was haben jetzt früher wir brauchen wassertropfen brauchen noch mal den haben wir direkt hier stehen dankeschön und einen titan ingot so das ganze zeug einmal hier abladen und daraus macht ihm jetzt meine beiden ingots ich brauche hier geht nummer uno so könnte ich vielleicht dankeschön aber auch den brauche ich dich und so wird zum thema hitboxen euch zwei bräuchte ich so bitte einmal mitnehmen bitte einmal den ihr mitnehmen und nochmal bitte ein kleines kraftwerk funktioniert doch funktioniert doch okay dann sagen wir das da drüben wird auf jeden fall unsere hauptannahmestelle sein die müssen wir aber noch ein bisschen weiter umrüsten und aufbauen beziehungsweise wo machen wir uns den haupteingang ich möchte das ganze fällt ja eigentlich unser sondern zum lager machen das heißt von abnahme eine kleine abnahmestelle für alles mögliche dann sagen wir einfach mal du wirst hier hingesetzt das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus ähm von da aus bauen wir dann mal nach vorne halt hallo darf ich mal durfte ich darum bitten ich brauche jetzt bauteile oh warte mal uns fehlt hier sogar was ähm ach daher kommt auch der reifen der uns fehlt ach gott jetzt macht das ganze sogar einen sinn okay das sieht doch schon wesentlich besser aus und vielleicht noch ein zwei waffen von den knallen und bohren knallen warum nicht noch meine knarre in klein sagen muss rumliegen haben die muss mit so dann warum wir mal kurz an und zwar hier hin und hier hin und hier hin brauche ich bloß die großen bilge momentan dorthin und dorthin so alles mit nach vorne denn wir bauen unsere mauer auf so und na kommst du ja halt ach mit rechts kann man das auch machen muss nicht nur mit mausrat sein okay gut aber es wäre schöner wenn das zumindest alles in irgendeiner weise genau in der gleichen linie ist na bist du auch dankeschön okay wo machen wir uns den haupteingang hin das soll ein bisschen weiter weg sein reicht es hier aus ja noch nicht ganz noch nicht ganz noch nicht ganz okay vielleicht das ganze noch ein bisschen mehr wobei das passt so dann machen wir hier unseren haupteingang hin können wir rein fahren dort hinten noch ein bisschen was machen oder soll man ein bisschen weiter weg gehen weil die kohle gefällt mir jetzt gerade ganz und gar nicht dass die hier ist wenn man hier rüber geht man mir einen ganz großen eingang dann stürzt es wieder vorbei ich möchte den eingang hier rum haben der große eingang hier fährt man rechts rein links rein ne so dass man es so lassen falls euch es wundert ja ich wundere mich gerade genauso ich bin hier gerade wild am rumplanen okay das heißt was wir auf jeden fall brauchen für die zwei beziehungsweise long block okay long block brauchen wir jede menge von denen hier das können wir doch mal machen so eis weg eis weg eis weg eis weg eis weg wir nehmen alles mit was wir mitnehmen können so mitnehmen danke 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 dann kommt nämlich mal die erste armada nein das brauchen wir gar nicht ich glaube ihr könnt gar nichts mehr anfangen ne nur ihr hier nur ihr hier so komm schon bitte mal alles mitnehmen was ihr mitnehmen könnt sind die pets voll ähm das ist weniger gut wenn ihr alles voll ist ist das weniger bis gar nicht gut ähm okay weißt du was dann dann sehe ich ein kleines problemchen kann ich vielleicht hier ein bisschen was zwischen da kann ich auch nicht das heißt wir bauen dich hier mal weg und dich mal hin und dich so über hin und verlängern das ganze hier einfach mal dann müsste er doch eigentlich ein bisschen mehr freiheiten haben wie er wo was aufnimmt du kommst mal kurz weg du kommst hier hin du kommst da hin du kommst da hin das ist eine 2 fabrik die brauchen wir jetzt nicht zack so okay bitte einmal alles abnehmen was ich habe das wäre super einfach als mein system alles ins system rein und das gleiche mit der linken seite auch noch gleich im atemzug ne das brauche ich nicht bin ich so frei und nehme mir ein paar ingots raus es war 2 das war die 3er variante ok gut läuft 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 Moment haben wir gleich ich brauche dieses pet hier das direkt hier rein geht mit diesem pet was direkt hier rein geht kann man noch sagen ja verdammt sowieso zu dem thema ich möchte hier warte mal ich möchte die langen ingots machen schwachsinn ich brauche das 2er pad gar nicht dafür was ich brauche ist das 3er pad so danke schön mitnehmen mitnehmen Moment das war jetzt leicht falsch das war genauso falsch okay gut egal einmal kurz mitnehmen und dann sorge ich eben dafür dass hier ein bisschen weniger mal drin ist zack danke schön das brauchen wir nicht mehr das brauchen wir ich brauche hier damit wir uns zusammenbauen können ich brauche hier ich brauche hier ich brauche hier jede menge bauteile für mich jede menge bauteile kannst du jetzt nur noch um tag haben bis ich mal das ganze hier durchgewieselt und gefußelt habe so kleines sortiersystem wäre vielleicht mal angebracht in irgendeiner art und weise schön da kommst du ja so über okay ihr alle kommt jetzt mal hier rein wobei ah nein nein das sind zwei das sind zwei verdammt nein 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 die zwei ja möchte ich gar nicht ich möchte mich die drei haben das heißt du kommst mir hin wobei eigentlich ja weniger du bist was was nicht eigentlich ins system rein darf sondern eher dich hier du hier und sie sind gerade wieder live okay gut mcdonnerstag sind online und schauen wieder zeigen wieder ein paar neue sachen also das tier attack team so le und so le nehmen wir das noch mit Dankeschön du bleibst hier siegen okay und das hier bleibt auch noch hinten liegen vielleicht können wir das noch ein bisschen weiter nach vorne schmeißen ein bisschen weiter nach vorne Dankeschön so dreier sollen es sein und dreier werden es auch sein alles was ich habe hier rüber schmeißen wird schon irgendwie funktionieren so können wir das ganze auch ein bisschen ausmisten Danke Block Nummer 1 Block Nummer 2 noch ein Block da kommst du ja noch ein Block wunderschön wunderschön hoher Hilfe leicht hinter das die du verarsch mich jetzt genau da wo ich anfangen will zu bauen ist so ein ach Gott okay dann müssen wir das ganze ein kleines bisschen anders vorwerken ach man so ein Thema hier ist eine wunderschöne Ebene ja 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 verarschen kann ich mich auch selber ähm da müsste der Eingang genau daheim wo das hier ist ne das kann ich auch nicht machen hier verlagern uns ein kleines bisschen nach rechts rüber einfach komm zack hier her damit sollte ja eigentlich nicht viel auffallen ob wir jetzt so oder so rüber bauen hauptsache wir haben eigentlich einen geraden Eingang das wären wir am liebsten irgendwie ach das Plateau hat sich so gut angeboten ah ok lasst mich kurz überlegen lasst mich kurz überlegen wo bauen wir die Mauer auf auf jeden Fall da ein Eingang das heißt wir können nochmal hier einsetzen und dann sagen irgendwie warum rutschen wir eigentlich wir sind doch fest wir sind solide du darfst gar nicht rutschen Junge ok ich dann hier irgendeine Art weißes Zeug drehen so und dann sagen ich möchte das ganze so ausgerichtet haben geht das? willst du dich auf den Boden stellen für mich? Dankeschön wesentlich besser ok gut damit lässt sich doch arbeiten das heißt warum willst du es nicht nach vorne gehen? also manchmal frage ich mich echt warum ah danke so 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 ok hier fängt jetzt einfach mal die Mauer an denn warum nicht nach oben und wie es jetzt aussieht ist mir jetzt eigentlich vollkommen egal hier rüber gebaut hier rüber gebaut und dort rüber gebaut das wollte ich gerade schon sagen da hinten ist schon wieder ein Gegner aber nein da ist noch kein Gegner hab nur umsonst eine Herzattacke bekommen ok was wir brauchen sind äh Schilde auch auf jeden Fall die Mauer muss ja auch irgendwie beschützt werden nicht dass sie uns gleich wieder zerschossen wird was brauchen wir dazu also small battery cell nein es ist die Frage wo haben wir die wunderschönen Sachen kleinen Ziele auch nicht die wir haben es bestimmt ume da unten Small Receivers Wall Generator Bubbleshield Projectile da haben wir es doch Titan Fulmia ach nicht schon wieder Fulmia ok das heißt wir brauchen mehr Wasserpärchen dangit genau das was ich jetzt eigentlich nicht sammeln wollte ok gut dann müssen wir müssen wir noch gucken ob wir irgendwie kleine Pärchen oder sowas herbekommen weil ich glaube da sehe ich gerade nichts drin ne da ist nichts drin ok heißt einmal kurz ausrücken und hoffen dass wir irgendwo noch was finden denn wenn nicht haben wir große Probleme wobei denn